Hallo Menschen, ich möchte euch heute ein bisschen über die Leipziger Buchmesse reden und euch ein paar Bilder zeigen, vielleicht für diejenigen, die nicht da waren oder als Erinnerung für diejenigen, die sehr wohl mit dort waren. Ich wollte aber nicht einfach nur Bilder jetzt mit Musik abspielen, sondern euch ein bisschen einen Kontext geben, denn bei mir hat sich alles, was ich vorher eigentlich geplant hatte, geändert. Ich sagte ja, ich käme Samstag und Sonntag, würde aber Samstagabend zurück nach Dresden fahren, weil ich mit einer Freundin kommen würde, die nur einen Tag auf die Messe möchte. Letztlich kam ich Freitag, Samstag und Sonntag, bin Freitagabend tatsächlich zurück nach Dresden gefahren, weil wir halt noch Konzertkarten hatten, die ich auch jetzt nicht losgekriegt habe und es war ja eigentlich auch ein schönes Konzert. Bin dann eben Samstag zurück nach Dresden, äh, nach Leipzig und habe von Samstag auf Sonntag sehr wohl in Leipzig übernachtet, allerdings nicht bei der freundlichen Zuschauerin, die mir angeboten hat, bei ihr schlafen zu können, weil es halt sich so kurzfristig noch geändert hat und ich wollte dann auch, nachdem ich gesagt habe, nee, ich kann leider nicht kommen, zwei Tage vorher noch sagen, oh doch, jetzt hätte ich gern, dass du deinen Plan nochmal für mich änderst, ich komme nämlich doch, sondern ich habe bei meinem Cousin übernachtet, der übrigens Hasen und Chinchillas und Hamster hatte und das war alles sehr, sehr putzig und flauschig. So, aber das jetzt nochmal der Reihe nach. Freitag bin ich tatsächlich nur mit drei Lesungen im Kopf hingefahren und habe mir stattdessen eigentlich alle Hallen angeguckt. Also ich glaube, ich war wirklich überall, außer, sag ich mal, in Halle 2, so ein bisschen bei diesen Schulbüchern, mit denen ich halt nicht mehr wirklich was anfangen kann, was ich ja auch nicht muss, und habe alles mal angeschaut, ja, wurde dann von alles allerlei entdeckt, die so von links auf einmal, hey, das Oberdeil kenne ich doch, dann sind wir eine Weile zusammen rumgelaufen und wurden dann wiederum entdeckt von der Bücherhexe und Recycle Our Books und Prinzessinnen und Raben. Den letzten Kaner möchte ich euch nochmal kurz näherlegen, denn das ist noch eine ganz junge, kleine Booktuberin, die ihrem Namen entsprechend relativ viel Fantasy und historische Romane liest und dabei aber so einen schönen kritisch-ironischen Blick auf das Booktube-Gewerbe, was wir so machen und wie Rezensionen aufgebaut sind und so, wirft, was ich eigentlich sehr interessant finde. Also falls ihr das vom Genre her mögt, schaut doch mal vorbei. Irgendwann am Tag haben wir es auch noch geschafft, Buchgeschichten zu finden, mit der ich eine Weile immer SMS und sonst was schrieb, weil wir wussten, dass wir halt beide kommen und es hat ein Stück gedauert, was wir uns gefunden haben. Auf jeden Fall war der erste Tag schon auch zufälligerweise halt mit sehr vielen Treffen für mich gesät, was ganz interessant war. An Lesungen schaute ich mir, wie gesagt, nicht so viel an. Das eine war Flüchtlinge unterwegs nach Europa. Das ist allerdings jetzt nicht von den Flüchtlingen selber irgendwie organisiert, sondern von jemandem, der ihnen Deutsch beibringt und der dann halt auch in den Unterrichtsstunden immer so ein bisschen was aus ihrem Leben erfährt und er gibt es halt wieder. Ich fand das für die Dauer der Lesung sehr, sehr interessant. Ich glaube aber, das Buch, was er halt dazu geschrieben hat, werde ich mir eher nicht kaufen. Es war halt jetzt literarisch nicht so toll. Es war wirklich interessant von dem Leben her, aber ja, glaube ich nicht so, dass ich mir das Buch kaufen werde. Was ich hingegen sehr, sehr toll fand, war Aus der Ferne hieß die Organisation, also die Veranstaltung, und es ging um neue georgische Dichtung. Und ich mag das immer so sehr, wenn man tatsächlich die Originalsprache hat, denn die hatten wirklich die Autoren da, und dann hat es einen Übersetzer und es noch einmal auf Deutsch vorgelesen. Und auch wenn ich keine der Sprachen sprechen kann, finde ich, gibt es dem Ganzen immer noch mal einen ganz anderen Flair und gefiel mir sehr, sehr gut. Die Comicvorstellung zu Im Eisland fand ich dann in Ordnung, aber ich glaube auch so, dass ich mir das Buch nicht kaufen werde. Kulinarischer Höhepunkt war, als ich mir mit alles allerlei zusammen so eine Packung, also eigentlich drei Packungen Mojis gekauft habe. Ich hoffe, man spricht es so aus, dieses japanische Dessert, Reiskuchen, glaube ich, mehr oder weniger. Und das war interessant. Also ich mag die tatsächlich eigentlich im Restaurant sehr, finde ich sehr lecker, aber in dieser Fertigpackung war es eher fragwürdig. Wie gesagt, dann zurück nach Dresden zum Konzert von Fersengold. Dummerweise ist das für mich auch noch so eine richtig tanzbare Band. Das heißt, ich habe mich dann auch abends noch sehr bewegt, geschwitzt und war dann wirklich, wirklich müde, als ich um zwei ins Bett fiel. Und ja, nach fünf Stunden bin ich wieder aufgestanden und zurück nach Leipzig gefahren. Samstag und Sonntag waren bei mir dann wirklich von Lesungen geprägt. Also ich bin eigentlich immer so von Veranstaltungen zu Veranstaltungen gehetzt. Oder naja, ging eigentlich. Gedächtnis sind wir vor allem geblieben, als wir gegen die Deutschen verloren. Das ist ein Comic und mit der besonderen Herangehensweise, dass derjenige nicht die ganzen Comicseiten jeweils mit den Panels von Anfang an plant, sondern er malt jedes Panel einzeln als Bild und setzt dann am Ende alles zusammen. Und das hat man natürlich gemerkt. Das sah ganz anders aus als so klassische Comics. Und es war wirklich interessant, werde ich mir glaube ich mal zulegen. Also war auch ein schöner Zeichensstil. Also ich müsste es mir halt nochmal näher ansehen. Ich habe es nur auf so einem Bildschirm gesehen. Es sah ein bisschen aus wie Wasserfarben, gefiel mir sehr gut. Und mal schauen, wie das wird. Die Lyrik-Lesung von André Schinkel fand nicht dort statt, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Das heißt, das habe ich leider irgendwie verpasst. Ich hörte mir die Kriegsbriefe Clara Zetkins an. Das war, zugegeben, was habe ich erwartet, aber es war halt wirklich fast nur politisch in den Briefen. Also nichts irgendwie, nicht viel Persönliches. Ich meine, man hat schon eine Stimmung für sie gekriegt, wie sie so ist als Mensch. Aber zum Großteil ging es halt wirklich um politischen Aktivismus. Und ja, war okay. Werde ich mir ehrlich gesagt auch nicht kaufen. Toll fand ich die Lesung Trans im Glück, was schon mal ein super Titel ist. Und die Transfrau, sie hat auch gesagt, sie möchte gerne so bezeichnet werden, die das eben geschrieben hat, die da im Gespräch mit ihrem, ich weiß nicht, Verleger war, war auch wirklich sympathisch. Sie hat das so toll rübergebracht, gefiel mir sehr, sehr gut. Ich muss noch schauen, ob ich mir das Buch kaufe, denn ich war jetzt so, so oberflächlich, aber es sieht so aus wie ein Self-Publisher-Buch halt manchmal. Ja, inhaltlich war es aber wirklich interessant. Mir gefiel es auch gut, dass ich mir mal den Fotografen und Autohinter dieser Geisterstätten-Reihe angehört habe, denn er hat halt nicht nur erzählt so, was halt schon in dem Buch stand, sondern auch nochmal so hintenrum ein bisschen erzählt. Und ich mag das sowieso, diese Verbindung aus den Bildern dieser Ruinen oder halt verlassenen Fabriken und dann der Geschichte, was da alles mal drin war und wie es halt jetzt zunehmend verfällt. Ja, war interessant, war gut, könnte ich mir vielleicht auch bei Geld vorhanden sein irgendwann mal kaufen. Zwei Romanlesungen fand ich eher nicht so toll, das ist mir sowieso aufgefallen, dass ich selten die Lesungen, die wirklich nur eine Person so zu ihrem Roman gemacht hat, so super fand, sondern meistens halt, wenn sich drei Lyrile getroffen haben oder eher so eine Diskussionsrunde war, die fand ich interessant und zum Beispiel bei Umer oder Aus der Hirnschale und dann auch noch bei Don Quixots Schwester war ich jetzt nicht so begeistert. Ich meine, es war insofern gut, dass ich mir mal angehört habe, dass ich mir vermutlich nicht kaufen werde, aber ja, war jetzt halt nicht so, dass ich begeistert da rausgegangen wäre. Toll fand ich hingegen wieder, also die Veranstaltung hieß Rollschuhfahrerin in der Hölle, es waren wieder drei Lyrilegerinnen aus dem Poetenladen, da war ich letztes Jahr schon, da war, glaube ich, noch ein Herr mit dabei und die finde ich immer ganz interessant. Ich habe es leider nicht geschafft, mir in diesem einen Jahr zwischen Buchmesse und Buchmesse eines der Bücher zu kaufen, ganz großartig, genauso vom Cookbooks Verlag, auf den ich euch nochmal aufmerksam machen will. Ich fand das damals, habe es auch in meinem Video mit drin gehabt, eine ganz tolle quasi Verlagsgestaltung. Ich mag das, wenn die Bücher eines Verlages quasi gleich aussehen, aber dann trotzdem aber passend auf das eine Buch. Finde ich ganz, ganz toll, wenn man da so ein einheitliches, grafisches Design hat. Gibt es auch ungrafische Designs? Naja. Ja, ich habe mir leider immer noch nichts gekauft, aber es stehen viele auf der Wunschliste, also mal schauen. Ja, und dann schaute ich mir nochmal Neues aus Flandern, das waren auch Comics an, die stehen auch auf der Wunschliste, wird, glaube ich, demnächst kommen und den Tag ließ ich dann ausgehen nochmal in der Manga-Halle, setzte mich dort vor diese große Bühne und schaute mir die Siegerehrung zum Cosplay-Wettbewerb an und ich glaube, das war irgendwie der Vorentscheid zum European Cosplay Gathering oder dergleichen. Ich muss zugeben, ich bin in der Serie nicht ganz so firm, aber ja, ich fand das sehr toll. Es waren wieder beeindruckende Kostüme, beeindruckende Vorführungen, die man dann noch so im Hintergrund gesehen hat. Das hat eher stattgefunden, war ganz interessant und ich war halt auch schon ein bisschen fertig. Wie gesagt, dann ging ich zu meiner Übernachtungsmöglichkeit und wir haben Tofu-Bolognese mit Nudeln gegessen und statt einen Film zu gucken, wie wir es eigentlich geplant hatten, haben wir dann die Chinchillas durch den Flur rennen lassen und das war eigentlich viel amüsanter und toller als im Film und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Chinchilla an der Hand gehalten und falls du das noch nie hattest, es ist wirklich so flauschig, es ist nochmal viel, viel weicher als all die anderen flauschigen Tiere und die sind so toll, wenn die immer, die rennen quasi an den Wänden so über Bande oder springen und ach, wunderbar, also gefiel mir ganz, ganz toll und habe ich auch ganz viel aufgenommen. Mal gucken, was ich jetzt alles einblenden werde. So, Sonntagfrüh haben wir dann ganz gemütlich und langsam gefrühstückt, sodass ich auch etwas zu spät auf die Messe quasi kam, aber das war es wert, also wir waren wirklich ganz in Ruhe und toll und Obst und hast du nicht gesehen. War wirklich ein schöner Start in den dritten Messetag, weil es natürlich auch so ein bisschen auslaugend ist. Und wie gesagt, Sonntag war dann auch wieder geprägt von Lesungen. Ganz toll fand ich gleich die erste, bei der ich war. Es hieß, das Licht ist weder gerecht noch ungerecht, ist auch der Titel des Buches und da geht es halt viel um Transgender, Transsexualität, beziehungsweise auch Gender allgemein und sowohl die eigenen Erfahrungen als auch so drumherum, was andere mitgekriegt haben. Fand ich sehr, sehr toll, steht auch mit auf der Liste. Ist übrigens organisiert, oder der Verlag dahinter ist der Worte und mehr, also Worte mit Unterstrich, ich blende es hier ein, die ich euch auch nochmal näher legen will. Das ist ein Verlag, der sich so direkt auf die Fahne geschrieben hat, eben offen zu sein, einen Ort zu bieten für Leute, die sonst vielleicht unterrepräsentiert sind und für Toleranz einsteht. Sie sind, glaube ich, auch der Verlag gewesen, der die Protestaktion gegen das Kompaktmagazin organisiert hat. Übrigens meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung der Messeführung, denen so einen großen Raum zu bieten, denn auch meine Toleranz halt hört irgendwie da auf, wo andere dann immer mit Intoleranz begegnen, ja, fand ich ein bisschen seltsam. Egal, Worte und mehr, schöner Verlag, interessiert mich, möchte ich auch noch mehr von ihnen kaufen. Also später haben sie dann auch noch dieses Goodbye Gender vorgestellt, war auch sehr interessant. Ich ging auch zu German Dream oder die Islamische Mission in Frankfurt am Main. Ich dachte, das sei wieder vielleicht mehr so ein Erfahrungsbericht. Es war allerdings ein Roman, sehr satirisch, hat derjenige immer gesagt, auch wenn ich das noch in dem vorgelesenen Stück noch nicht so mitgekriegt habe und es ging halt ja um Immigranten, die schon lange hier sind, teilweise jetzt auch Illegale und so weiter und so fort. Fand ich ganz okay, für die Dauer einer Lesung werde ich mir ächert, aber auch nicht kaufen. Also als Roman hat es mich jetzt nicht so überzeugt, war in Ordnung. Dasselbe gilt für die Lesung zu Alle Eulen. Das kläre mir schon interessant, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Es war jetzt nicht so begeisternd, dass ich es wirklich mit hoch auf meine Wunschliste genommen hätte und es steht da einfach noch so viel, dass ich glaube, es wird da so ein bisschen durchrutschen. Mal schauen. Ganz interessant fand ich dann wirklich das kleine Treffen zu der arabische Kafka in der Glashalle. Das war der einzige Moment, wo ich überhaupt mal in die Glashalle gegangen bin. In der uns halt zwei, ich glaube eher so wie, ich habe es mir leider nicht gemerkt, so Germanistik-Professoren über die Rezeption Kafkas in der arabischen Welt erzählten. Also wie es losging, wie es übersetzt wurde. Zum Beispiel am Anfang nicht aus dem Deutschen und wie es aktuell ist und so weiter und so fort. Und womit sich die Leute da wohl am meisten identifizieren, also war wirklich interessant. Ja, dann war ich schon relativ fertig und ich wollte mir eigentlich eine andere Siegerehrung zu einem anderen Cosplay-Wertbewerb in der Manga-Halle anschauen. Ging dann dahin, da fand dann noch irgendwie etwas anderes statt. Das war wie eine, also eine Band hat da gespielt und ich habe, wie gesagt, ich kam zu spät. Das wurde irgendwie erzählt, da soll wohl so etwas wie Animes und Music irgendwie stattfinden. Aber ich habe nicht so ganz mitgekriegt, worum es da eigentlich aktuell ging. Und dann dachte ich, käme die Siegerehrung, was allerdings auch nicht der Fall war. Dann kam eine Ninja-Show, die war amüsant, sage ich mal. Also war auch absichtlich so gemacht. Die haben so ein bisschen lustige Dinge mit reingebracht und ansonsten, ja, sind halt so ein bisschen rumgesprungen. Es ging mehr so um die Interaktion mit dem Publikum, die war ganz amüsant. Dann kam tatsächlich die Siegerehrung und danach bin ich nochmal zu zwei Veranstaltungen gegangen, die ich, ja, wieder eher so okay fand. Einmal hieß es, Dams Geschichte, die Abenteuer eines Physikers. Das sollte halt ein Roman sein, der angeblich verblüffende Situationskomik mit existenzphilosophischer Tiefgründigkeit verbindet. Auch das habe ich jetzt in der Lesung noch nicht so richtig rausgehört, wo das vorkommt. Es war, hm, ja, interessant ist, auf der Messe zu lesen, zu hören. Mal schauen. Und am Ende ging ich noch zu einer Veranstaltung, die hieß, wie ich den Krieg erlebte, eine Geschichte in Briefen, und es ging um den Kosovo-Krieg. Und ich hatte da einfach falsche Erwartungen. Ich dachte, es sei von jemandem, der tatsächlich den Krieg erlebte. Aber es ging um einen Deutschen, der dann halt immer an die, ja, habe mir natürlich jetzt gerade die Instanzen nicht gemerkt, aber der quasi immer wieder an verschiedenen Instanzen schrieb und letztlich die deutsche Regierung eigentlich der Kriegsverbrechen beschuldigte und dann diesen Briefwechsel wiedergibt, also was sie antworten und wie es hin und her ging. Und ja, ich hatte einfach falsche Erwartungen. Und dazu guckt noch, dass der Autor oder Herausgeber eben, das hat er auch selber gesagt, immer sehr, sehr polemisch ist. Und das war einfach nicht so meine Art. Also er war dann immer so, ach ja, unsere Regierung, hö, hö, hö. Aber, hm, war halt, ja, einfach nicht ganz so meins. Und das war meine drei Tage Messe. Ich habe die tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen gebraucht, damit ich mich ganz in Ruhe umschauen konnte. Ich persönlich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn man auf die Messe geht und ja, man zahlt Eintritt, um dann quasi auf die Messe irgendwie so nichts zu machen, außer rumzulaufen. Also ich finde es ganz seltsam, wenn man sich da keine Veranstaltungen raussucht, weil man, ja, dann gibt man Geld aus, um dann sich eventuell dort nochmal teurer Crêpes zu kaufen und macht sonst nichts. Aber das ist wahrscheinlich auch als Ansichtssache, und man hat dann, Leute wollen vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen rüberschlendern. Ich habe halt eher immer so einen festen Plan. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, wie wir das organisiert haben. Und, ach, ich habe ganz vergessen, dass ich am Samstag dann auch zufälligerweise noch Caros Bücher getroffen hatte. Also ich wusste, dass sie kommt und hatte ihr dann mal geschrieben, wie, wo, was. Und dann haben wir uns ganz zufälligerweise doch noch am Rande der Halle getroffen und es war eigentlich auch sehr, sehr angenehm, mit ihr da durch die Hallen zu schlendern. Ja, ich bin wieder nicht zum Booktube-Treffen gegangen, weil halt bei mir einfach zu viel los war. Fand es aber auch schon ganz angenehm, halt die wenigen zu treffen. Und wenn ich auch die anderen Videos immer ansehe, ich muss sagen, die Booktube-Treffen sind immer so laut. Ich weiß gar nicht, ob ich da, also, ne, schon wegen der Menschen, ja, aber ob ich da hin will, weil das dann immer so eine, eine Aaaaah-Stimmung ist. Mal gucken. Also es hat mir sehr gut gefallen, die Messe-Tage. Nächstes Jahr müssen es vielleicht auch nicht unbedingt drei Tage sein, wenn ein paar weniger Veranstaltungen ich mir einfach raussuche. Mal schauen. Und jetzt kommen vielleicht noch ein, zwei Bilder, die ich noch nicht eingeblendet habe. Und dann sage ich euch schon mal Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald! 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 Am Tisch meines Hauses sitzt das Wetter. Wind, Sturm und Glocken läuten. Wir haben unsere Sprache. Wir haben ein Zentralwort. Furcht.